Herzlich willkommen zum Tutorial für unsere Tankram-Sätze. Tankram ist ein auf der ganzen Welt verbreitetes Legespiel. Es setzt sich aus sieben Teilen zusammen, wobei wir diese in vier verschiedenen Farben, blau, rot, grün und gelb, in einem Set zusammen anbieten, sodass die Gesamtanzahl der Teile 28 beträgt. Entweder aus Vollkunststoff oder als transparente Version, die sich insbesondere für den Gebrauch mit Overhead-Projektoren anbietet. Die Verpackung, ob im Karton, Polybeutel oder in einer Kunststoffbox, bestimmen Sie. Auch ein 168-teiliger Tankram-Satz im Baumwollbeutel ist zu haben. Mit diesen Teilen können Sie Ihren Schülerinnen und Schülern die unterschiedlichsten Aufgaben stellen, wie zum Beispiel unzählige Darstellungen der verschiedensten Figuren. Konkret auf den Lehrplan bezogen, können die Tankrams speziell bei der spielerischen Erlernung der Berechnung von Flächeninhalten, von Dreiecken, Parallelogramm, Trapezen und Quadraten hilfreich sein, da die Schüler durch das anschauliche Handeln selbst in die Lage versetzt werden, die hierfür notwendigen Formeln herzuleiten. Benutzen Sie immer alle sieben Grundelemente, denn so sind die entstehenden Figuren flächengleich. Nun bauen wir zum Beispiel aus einem Quadrat ein Trapez. Inola! Aber auch schon in der Grundschule können Sie Tankrams effektiv beim Kennenlernen von Flächeninhalten, Teilen davon und deren Beziehungen zueinander unterstützen. Durch das erfolgreiche Leben von verschiedenen Figuren, entweder von der beiliegenden Vorlage oder als Eigenkreation, können unsere Tankramsätze für die Schüler besonders motivierend sein. Lernstärkere Schüler können ihre Schwächeren und die Schüler unterstützen und so werden nicht nur die mathematischen, sondern auch die sozialen Kompetenzen gefördert. Zudem bleibt das Spiel für jede Altersstufe und Lernstärke interessant, da aus den einfachen geometrischen Formen die komplexesten Figuren gelegt werden können. Wie bei fast allen unserer Artikel bieten wir auch bei den Tankrams eine große magnetische Demo-Version für die Tafel oder das Whiteboard an. Mit dem Basisformat 40x40 cm und aus einer reißfesten Kunststofffolie gefertigt, ist diese ideal für die Kombination aus Frontalunterricht und Gruppenarbeit. Zusätzlich können die Schüler auch mit Hilfe der Tankram-Zeichenschablone alle Tankram-Elemente in zwei verschiedenen Größen nachzeichnen. So bieten sich Ihnen viele Möglichkeiten, Ihre Schülern das Thema Tankrams mit allen sinnvollen Verknüpfungen spielerisch motivierend, aber auch Zielführung zugleich näher zu bringen. Die Tankram-Sätze und Schablon von Wissler. Rechnen leicht gemacht. So an einem halbster Schablon von Wissler. Rechnen leicht gemacht. Beidegenreicht und Schablon von Wissler. Rechnen500 von Wissler.